Wir sind Anna und Benedikt und wir machen eine Ausbildung bei der MSR Electronic in Pocking. Hier gibt es viel zu entdecken. Wir lasern, löten, kalibrieren, lesen Schaltpläne, messen Spannung und Strom, konfigurieren und bauen Gassensoren und Controller. Es erwartet dich ein Unternehmen mit coolen Benefits und dem besten Team. Bewirb dich jetzt unter msr-elektronik.de slash karriere.